Herzlich Willkommen zurück zu ANNO2205. So, wir müssen uns mal ein bisschen um den Fisch kümmern hier. Da wir doch recht wenig Konservenahrung haben mittlerweile. Da kommen wir da jetzt nicht mehr drum rum. So, einmal ein Logistikzentrum. Und dann wollen wir mal sehen, auf wieviel Konserven Nahrung wir kommen. 98 haben wir Minus, das ist schon gar ne ganze Ecke. Na. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Können wir hier nämlich auch noch ein Bräuschen hinsetzen. Sehr schön. Nein. Falsche. Ja. Ekelhaft. Na ja, und so passt das auch. So. Ja, machen wir mal erstmal so hübsch, warum können wir das eintreten. Obwohl, wenn wir eh jetzt schon hier sind. Ach komm, egal. So. So, was haben wir denn jetzt? Na ja, immer noch 77 Miese. Na, viel ist das nicht, was wir da kriegen. Na ja, viel ist das nicht, was wir da machen. Wo kriegen wir noch was rein? Und hier haben wir auch noch genug Platz, da ist auch noch, sehr schön. Denn, machen wir das auch. Oh, schön abgemessen, ne? Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Sack. Kleine Steine. Ja, sie sind immer durchgezogen. Nein. Na ja, passt nicht komplett, aber immerhin. Immerhin. So. Das hätten wir. Immer noch 18 Minus. Nein. Das ist aber enorm. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das nämlich so. Na ja, nicht schön, aber das muss da jetzt rein. Toben Sie sich aus. Ich setze vollstes Vertrauen. Wie viel haben wir jetzt Miese? Gar nichts mehr. Wir sind schon ein bisschen im Plus. Na ja, genau. Besser als nichts, aber auch nicht optimal. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen. Schade, passt nicht mehr. Dann machen wir das so. So, Straße, dann setzen wir hier nochmal einen dazwischen. So, das passt aber auch komplett wieder wie versossen. Naja, gut, bis auf die kleinen Lücken, aber das ist mir jetzt relativ egal. So, jetzt noch einmal schnell den Strom. Transferoptionen werden aktualisiert. Das passt. Als nächstes machen wir dann die Stimulantien, würde ich sagen. Ja, die machen wir aber auf der anderen. Einmal gucken. Ja, die hatten wir da oben. Ach, die Route haben wir sogar schon angepasst. Ja. Ja. Ja.